Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 Icons und vor allem auch deren Größe am Desktop verändern kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal wandeln wir das gewünschte Bild in eine sogenannte ICO-Datei um, das wir später auch als Icon verwenden möchten. Und hierfür ist übrigens die beste Qualität, wenn das Ganze eine PNG-Datei in der Abmessung 300x300 Pixel ist. Hierfür verwende ich jetzt übrigens einen Online-Converter, der wohl auch kostenlos ist. Den Link hierzu habe ich übrigens auch unter dem Video mal in die Videobeschreibung gepackt. Danach muss ich einfach mal auf Datei wählen klicken, anschließend natürlich das entsprechende Bild auswählen. Ich möchte jetzt den Papierkopier zum Beispiel mal verwenden, klicke hier unten auf Öffnen drauf, gehe da noch rechts auf Konvertieren und jetzt muss ich einen kurzen Moment warten und danach ist es auch schon geschehen. Jetzt kann ich nämlich auch die ICO-Datei ganz einfach downloaden. Sobald wir jetzt wieder in den Explorer bzw. in den Download-Ordner gehen, können wir sehen, dass die entsprechende Datei auch richtig abgespeichert worden ist und dasselbe habe ich jetzt auch bei zwei weiteren Bildern noch gemacht. Denn bei Windows 10 ist es so, dass es insgesamt drei verschiedene Varianten gibt, hier die Icons zu ändern. Das kommt einfach dementsprechend auf die Datei hier drauf an. Bei einem ganz normalen Ordner muss ich mal auf diesen einen Rechtsklick mit der Maus drauf machen. Anschließend gehe ich hier unten auf Eigenschaften, danach hier oben rechts auf Anpassen und jetzt können wir hier unten auch schon sehen, anderes Symbol. Da klicke ich mal drauf, danach möchte ich noch auf Durchsuchen klicken und wir können jetzt nämlich auch schon unsere dementsprechenden Dateien bzw. Bilder, die ich umgewandelt habe, sehen. Ich möchte den Ordner hier einmal dementsprechend abändern, deswegen klicke ich jetzt auf Öffnen, danach auf OK, Übernehmen, ebenfalls wieder OK und schon können wir sehen, dass mein Ordner auch schon richtig geändert wurde. Bei einer Verknüpfung wie zum Beispiel Google Chrome schaut es relativ ähnlich aus. Ich mache wieder einen Rechtsklick drauf, dann gehe ich auf Eigenschaften, hier oben muss ich jetzt aber in den Reiter Verknüpfung hineingehen, dann haben wir wieder anderes Symbol, da kann ich wieder auf Durchsuchen klicken und anschließend mein entsprechendes Bild bzw. meine Ico-Datei mit Öffnen auswählen. Jetzt wieder auf OK klicken, Übernehmen. Ja, ich möchte das mit Administratorberechtigung machen. Fortsetzen, wieder auf OK und schon können wir sehen, auch das zweite Icon wurde richtig abgeändert. Bei speziellen Symbolen wie zum Beispiel dem Papierkorb funktioniert es leider nicht so einfach. Hier kann ich keinen Rechtsklick drauf machen und das Ganze einfach abändern. Hierfür muss ich nämlich mal links unten auf das Windows-Symbol draufklicken, danach gehe ich auf Einstellungen. Jetzt öffnet sich auch schon das Einstellungsfenster. Ich kann hier oben rechts auf Personalisierung gehen, danach muss ich links drüben auf Designs, dann haben wir hier rechts nämlich noch einen Reiter Verwandte Einstellungen und hier haben wir auch schon die Desktop-Symboleinstellungen. Da klicke ich jetzt auch mal noch drauf. Wir können dementsprechend unsere Icons sehen, die wo etwas komplizierter sind. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal meinen vollen Papierkorb abändern. Ich klicke also hier drauf, gehe danach wieder auf anderes Symbol, so wie wir es auch kennen, danach wieder auf Durchsuchen. Jetzt muss ich noch meinen Download-Ordner schnell öffnen, da wo die ganzen Ico-Dateien drin sind. Ich gehe hier auf Papierkorb, öffnen, okay, dann wieder auf Übernehmen, wieder auf, okay und jetzt schauen wir mal, ob sich das Ganze auch schon geändert hat und wie gesagt, hier ist mein Papierkorb auch schon richtig abgeändert. Wenn du zum Schluss übrigens noch die Größe der Icons abändern möchtest, dann einfach mal einen Rechtsklick auf den Desktop-Hintergrund machen, Ansicht und hier können wir auch schon sehen, große, mittelgroße und auch kleine Symbole. Wenn ich hier so draufklicke, dann verändert sich die Größe und somit haben wir jetzt auch schon bei Windows 10 unsere Icons und vor allem auch die Größe richtig abgeändert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.